okay wir gehen erst mal richtig rein hier mit mondern auf salamander salamander ich konnte gerade gar nicht ich konnte ich habe einfach nur versuchen ein stück ist das geil okay du stück dreck und kriegst jetzt auch noch einen sonnenball in die schnauze schöne grüße von mr sonne er hätte ganz schön was aus salam was aua aua du arschloch sag mal du kleines drecks wie du kriegst aufs maul der hält aber richtig aus kriegst noch einer auf die fresse das gefällt dir gar nicht jetzt habe ich fast eine idee würde ich meinen ich mache es jetzt noch mal aber verstärkt ich hoffe das klappt noch mal so gut ok konzentration aktiviert ihr zählt die treffer ja da verpisst du dich lieber du dreckst wie hoch was ist das für eine power wow also wenn man die beherrscht wow das werden wir wohl nicht zum letzten mal gesehen haben wir müssen wachsam sein das stimmt alter was ist das für ein wow wenn man das richtig gut timet wieso geht es hier runter was hat das für einen sinn seltsam aber jetzt können wir endlich was machen hier oh ok das wird immer bis ah verstehe verstehe kleine spielchen nicht das geht erst hier dann hier ah ok ok ja guck mal einer an das können wir jetzt als übergang nehmen hoffe ich ah guck mal einer guck und hup da sind wir schon wieder unten und jetzt kommen wir auch an die truhe an die schöne truhe das ok jetzt macht es natürlich Sinn das ist ja geil dass man hier noch fähigkeiten bekommt was einmal schlüssel zur mine klingt jetzt zwar einleuchtend aber ich guck mal trotzdem ein windsymbol ist darauf eingraviert ah wir haben doch auch ähm türen gesehen mit schlüsseln zur mine ja ok ich glaube das wird noch richtig angenehm hier mit diesen windstößen zu arbeiten ja ja Baleere ich weiß du willst ihnen aufs maul hauen ich kann es auch verstehen ähm äh bevor wir rechts weiter gehen schauen wir aber tatsächlich ob wir hier links irgendwas machen können ich hoffe wir kommen noch zurück jetzt aber vorerst wohl nicht zack ok die neue Spielerei ist cool da ist irgendein Mistvieh also eine Drecksameise schon wieder mhm HP by Sale ich würde ihn mit Garl füttern das klingt auch irgendwie komisch ok ok hier gibt es doch ein bisschen mehr äh ich gebe ihnen mal ein Item haben wir da noch was ja ne Quatsch füttern HP wir brauchen keine MP wir geben ihnen Kräuterfilet sehr schön so ich dachte eigentlich den habe ich erst aufs maul hauen so wir gehen erstmal hier ein bisschen auf Angriff ja er versucht es durch ne ne vergiss es so einfach gibt es natürlich nicht so der ist schon mal weg können wir uns auf einer Seite konservieren das muss ich auch noch ein bisschen üben so wie viele liegen hier rum zwei ja komm wir versuchen es die Ameisen haben ja nicht so viel entgegenzusetzen zu so einem Schild ok ja schon dann geben wir einfach mal den Rest was war's mit dir du Stück Dreck komm 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 na dreimal seht ihr wie geil ich einfach blocken kann ey ich bin der geilste halt das machen wir mal verstärken ja ich glaube ich werde so langsam warm mit dem Ablenken was ihre Attacke angeht checke ich zwar noch nicht so ganz was das Ablenken jetzt für eine Bewandtnis hat aber vielleicht drehen wir das auch noch aus so kann man nichts machen ein Bärensteinerz immer gut so da ist ein bisschen Luft Luftikus hier geht es wohl in irgendeine ne Bonbons das sehen immer aus die Bonbons so hier so da so hop ich mag es wenn die Wege wenn es nur einen Weg gibt zu viele Wege zu viele äh Umgebungen irritieren mich sieht hier ein bisschen nach was Größeres aus ach so eine komische Truhe schon wieder ich würde es tatsächlich mal probieren wie das mit dreien aussieht ob das funktioniert wir probieren es mal ablenken okay puh ist gar nicht so einfach aber hat was hi hi nein oh jetzt beschwert er schon wieder ich hasse diese Beschwörung jetzt kämpfen wir an alle Fronten geblockt geblockt der Frontkampf hier gefällt mir jetzt gar nicht bin ich ganz ehrlich ähm können wir mit Skills irgendwas ich würde tatsächlich ich würde ihn mal ernähren erstmal nom 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 okay sehr gut das ist halt schon mies wir müssen mal gucken wir brauchen jetzt ein bisschen ein bisschen Bums die drei erstmal irgendwie kümmern halt der hat richtig gesessen aber richtig so und weil es so schön war gibt es nochmal einen auf diesen hier Mondbummerang flieg und zieh aua 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 das macht voll Spaß so so Kombo wir machen probieren mal einen Sonnenregen ich bin gespannt wie es aussieht unser erstes Mal Sonnenregen halten für Kraft okay ja ich denke beim au beim au äh ich kann gar nicht mehr sprechen beim Aufprall aufs Schild muss man wahrscheinlich nochmal drücken ich würde sagen wir heilen uns heilen ihn nochmal auf Kosten der Magie und nicht auf Kosten unserer Items und jetzt gibt es noch einen aufs Maul du Scheißruhe was was machst du okay Konzentration ist hier das Stichwort und das war es mit dir du Scheißruhe dreckige Scheißruhe so Luft ist wieder da Knochen haben wir gehüllt und dadurch können wir jetzt auch entfleuchen fleuchy fleuchy na uuh lalalalalalalala So, jetzt können wir hier natürlich auch ein bisschen... Da können wir nichts verschieben. Wir gucken mal, was da aufgegangen ist. Die Tür hier hinten. So, was macht man hier? Auf diesem Gerät ist eine kleine Windmühle. Vielleicht mit den gefundenen Mistral-Armen rein. Ah, guck mal, einer, guck. Finde ich, finde ich gut. Jetzt haben wir halt auch viel mehr Möglichkeiten. Auch in den vorigen Bereichen können wir jetzt hin, um diese Teile hier zu verschieben. Das ist doch schön. So, was kommt hier jetzt hoch? Oder? Ah, da wird was ausgetauscht. Guck mal, huch. Das sieht aus wie ein Furz, ne? Nur von vorne. Sorry, Mariere. Das meinte ich jetzt nicht. Aber, ja, auch da kann man furzen. Oh, na. Sehr schön. Gucken wir mal, was hier... Hier irgendwas wieder entstopfen. Stopfen können. Stopfen. So, jetzt haben wir eine schöne Höhle. Komm mal mit in die Höhle. Pilze. Geh da mit. Da oben fliegt schon wieder irgendwas. Komm mal her. Kleiner Scheißhaus fliehe. Ich komme. Achso, hier sind noch ein Pilz. Also, huch. Pilze haben wir eigentlich genug, ne? Können wir hier direkt... Äh, äh, LP? Mh, ich glaube fast. Pilzsuppe ist für alle. Gut zu wissen. Können wir die überraschen? Komm her! Da hätten wir einfach so durch können. Theoretisch zumindest. Komm, ich spiele noch mal ein bisschen Ping-Pong hier. Wir müssen das ja ein bisschen üben. Flieg und Sieg! Ja, die Abstände, wenn alles... Jeder einen verschiedenen... Auah! ...verschiedenen Abstand hat. Sag mal, könnt ihr mich mal aussprechen lassen? Ähm, ist das natürlich ein bisschen... ...critical. Na, gefällt euch nicht, ne? Gefällt euch gar nicht, ne? Auah! Immer ins Hirn. Du bist jetzt erst mal weg. Lebende Bora, wo kommen wir denn hier hin? Hi! Okay, jetzt sollten wir aber auch hier ein bisschen, äh, nutzen, ha? Schon mal die Möglichkeit haben. Kombo. Sonnenbendschlag. Nimm wir ihn hier. Ja. Ja. Oh, oh. Ah! Das ist zeitlich ein bisschen schwierig. Aber... Übung macht the Master. Übung makes the Master. So, jetzt werde ich aber, äh... Items. Ähm... Filet. Wir müssen ein bisschen auf unsere HP gucken. Ich würde ihm jetzt... Ich würde ihm jetzt... ...ein Filet geben. Und in der nächsten Runde macht er mit, äh... Naren. Äh... Naren. Pilzsucker. Also mit... Mit Naren, Naren. Was labere ich? Mit, mit, ähm... Magie. Heilen. Heili, heili. Hier wird's dunkel. Ah, hier ist noch ein Loch verstopft. Ja, komm. Vier. Vier kleine Pähner. So, erstmal ernähren. Damit hier ein bisschen... Standhaftigkeit reinkommt. Da weiß ich ehrlich gesagt... Wir könnten den Sichelbogen... Könnten wir machen. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal. Wow. Ja, da rüttelt's einmal im Schädel, hä? Ich glaube, ich schwör ruhig deinen Abfall da. Oh. Äh. Geblockt. So, ich würde meinen... Könnten wir, ne? Ah, die stehen doof. Wir nehmen uns die drei vor. Ich versuch mal, gedrückt zu halten. Und wenn die Kugel losgeht, beim Aufprall nochmal zu treffen. Das ist gar nicht so einfach. Ah, hat das... Weiß nicht. Könnte sein. Fallender Bernstein. Sehr schön. Also ihr seht, wir kommen hier schon ein bisschen besser klar, ne? So, komm mal her, du Stück Dreck. Gefällt dir nicht so, ne? Kann ich mir vorstellen. So, dann gehen wir jetzt mal auf... Verstärkte... Ne, Quatsch. Wir müssen ihn nehmen. Ein bisschen verstärken. Obwohl, das heilt eigentlich ja eh alles. Und heilen uns komplett nochmal hoch. Heilende Heilung. Heidi, Heidi, Heidi. Das klingt so bescheuert. Ähm. 4 HP. Komm her, du Stück Dreck. Jetzt sieh ich erst, was das ist. Das ist irgendeine Truhe mit Maul. Aua. Jetzt hab ich auf die Truhe geachtet. Du Drecksau. Komm her. 40. Ja. Wir gehen rauf. Oh, das war's schon. Du bist ja eine Lasche Dampfwurst. Eine Lasche dampfende Dreckswurst. Nach Fenster zu es zieht. So, dann verschwinden wir mal. Und ausgefurzt. Ah. Ich verstehe. Da ist die zweite Kobel. Ich Kobel richtig gern. Und. Hä? Heidi? Das war aber ein ganz kleiner, ein ganz feiner. Äh. Was ist jetzt passiert? Ist hier irgendwas passiert? Ist die Leiter hier runtergekommen? Ich glaub schon. Ich hab gar nicht drauf geachtet gerade. Ähm. Moment. 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 War hier nicht noch irgendwas zu beachten? Ich guck mal ganz kurz nochmal von oben. Ganz langsam. Hier zum Beispiel. Moment. Ich muss nochmal runter. Na hier. Das hatten wir. Das hatten wir. Ja. Ich glaub das war auch gut so. In den anderen Etagen über uns. Wo wir jetzt gerade nicht hinkommen. Denk ich. Da hatten wir noch was vergessen. Hier unten glaube ich nicht. Wir gucken mal wo wir hin. Ah. Oh. Guck mal eine an. Jetzt sind wir doch wieder oben. Gut. Dann können wir nämlich gleich mal abchecken. Hier oben. Ich muss nochmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr was hier oben war. Was war hier? Pausenraum oder irgendwie sowas? Äh. Ne. Ne, ne, ne. Hier war. Ne, das ist schon richtig. Okay, okay. Da nicht. Jetzt leuchtet hier halt alles. Hier ist wieder ein bisschen Wind am Start. Alles sehr schön. Hä? Hä? Jetzt müssen wir tatsächlich mal schauen. Ähm. Moment. Was ist denn das für ein... Was ist denn... Okay, hier hinten. Beziehungsweise... Äh? Wir haben halt hier zwei Steine und nur ein Ziel. Ähm. Äh. Ich würde jetzt einfach mal hier pusten. Ist das die richtige Richtung? Ne. Ne. Ah, okay. Ja. Macht schon Sinn. Hm. Ja. Okay. Macht Sinn. Hatschi. Oh, das war ein Nisaru. Ah. Hm. Äh. Äh. Ich glaube, das müssen wir hier ein bisschen taktisch angehen. Äh. Äh. Ja. 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 Könnt's sein, dass wir den zweiten noch brauchen? Nee, den kriegen wir aber auch gar nicht weg hier, ne? Theoretisch... Ja, 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 gut. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen denken. Was ja nicht verkehrt ist, aber wenn wir das halt nur gerade schieben können, wir müssen das halt hier hinkriegen, wo wir stehen. Das gibt's nicht. Wie, wie, wie soll denn das? Nee, nee, oder? Nee, oder? Okay. So, hier bin ich wieder ungefähr, was weiß ich, vier Minuten, fünf Minuten später. Wir hätten das hier als Haken nehmen. Ja, okay. Jetzt, ich hab nichts gesagt. Ich hab das natürlich sofort beim ersten Mal geschafft, nicht? Man denkt manchmal viel zu kompliziert. Und hopp. So, hier ist jetzt die Turbine. Ah! Bis zum nächsten Mal.